Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video, heute mal wieder Rennen ohne Regeln in Monaco, diesmal im 24er Teil. Wir gucken, dass wir hier mal komplett am Rad drehen, was das Qualifying auch angeht. Fünf Rundenrennen, jeder kann sich hier komplett mit den Track Limits frei Schnauze fahren. Mal schauen, wo wir landen, ich hab kein Force Feedback gerade, weil ich noch nicht neu gestartet hab, das Lenk gerade hier, aber es ist mir egal. Wie trotzdem alles, auch wenn ich kein Feedback hab vom Lenkrad, können wir hier trotzdem hoffentlich eine gute Runde rauszaubern. Monaco Rennen war ganz gut letztes Mal. Mal schauen, was hier jetzt rauskommt. Jetzt kommt mein Lieblingspart, jetzt hier, ohne Regeln natürlich sehr geil, kann man einfach mal geradeaus durchfahren. Aber machen natürlich alle. Aber hier auch schon wieder, kann man geradeaus über den Curb, jawohl. Von dir jetzt einmal kurz Lenkrad connecten. Ah, PMP7? Okay, nicht schlecht, die Runde, muss ich sagen, trotzdem. Hoffentlich Force Feedback als am Start. Ah, mein Game legt so hart. Nein, Noah. Warum nicht Regeln ohne Rennen? Sag ich auch mal aus Versehen, ne? Sogar auch ohne Regeln vorne. Das ist frech. PMP12. Kann viel passieren im Rennen, ne? Fabian werde ich rausstupsen am Anfang. Äh, voller Attacke. So. Ich bin bereit, Leute. Ich bin bereit für den Chaos-Rennen hier in Monaco. Ohne Regeln. In Monaco. Vielleicht wieder einen Lagen machen gleich neu. Jawohl. Ist rausgeflogen. Ich bin nicht ganz so lang geladen. So, hoffentlich Force Feedback ist am Start. Wir legen los. Meine Bremse verpackt, glaube ich. Scheiße. Aber kann ich schon früher losfahren? Scheiße. Voll verpennt. Jetzt geht mein Gas wieder. Ja, das war's ja komplett. Ich dachte, ich kann nur beim Starten los. Aber mein Lenkrad geht immer noch nicht. Ja, ja. Das ist ja auch chillig. Das ist auch chillig. Wage. Danke für dein Follow. Wunderschönen guten Abend. So, da bin ich wieder. Zack. Jetzt geht's ab. Da ist das Force Feedback. Und jetzt gibt's ja auch mal Krawall. Ey. Der ist geghostet. Jetzt aber. Das Akim-Ghosting an. So scheiße. Der macht gar keinen Sinn dann. Ist er komplett geghostet. So scheiße. Ja, dann ist einfach jetzt nur quasi gerade ohne. Oh mein Gott. Black, schneller. Letztige Drehung. Weiter geht's. Auch klar. Ist da immer wieder ein Follow. P90 sind wir gerade hier. Jetzt geht's immer gerade aus. Ja, Ghosting ist halt gerade noch auch noch so ein Featuren. Hab ich extra angelassen, natürlich. Dass man hier. Auch mal trotzdem manchmal seine Runde fahren kann. Mit Track Limits abkürzen. Aus dem Weg. Oh, jetzt hier. Juicy. Weg mit dir. Ohohohoho. Einmal die Wand. Oh mein Gott. Die Wand aufgespießt. P16. Da geht noch mehr. Komm schon. Ran an Gold, Junge. Der wird bremsen, oder? Vorbeigedränge, Gold, Junge. So macht man das. Oh, ich bin geghostet. Scheiße. Ey, der fährt mit Bande. Stimmt. Kann man auch mit Bande fahren? Ist das sinnvoll? Ohohoho. Da steht einer. Oh. Das geht sogar. War das schneller jetzt? Ich weiß es nicht. Gold, Junge. Vor mir. Komm schon. Jetzt schnapp ich mir. Jetzt schnapp ich mir. Und JET. Ohohoho. Oh mein Gott. Ja. PCW 11. Komm, Punkte noch vielleicht. Dein EAS ist fast aufgebraucht. Versuchen wir den EAS-Modus in der M8. Aber das ist 30 Sekunden weg. Das ist 30 Sekunden weg. Verbrennungsrate zu erreichen. Oder du könntest vom Gas gehen oder leicht abbremsen, um es wieder aufzuladen. Zum Gas gehen gibt es nicht. Oh, diese Bodenwelle jedes Mal, ne? Kann ich es machen? Alles gut, Wolf. Komm schon, ranpusten hier an. R, Z, X. Auf zwei Sekunden bin ich ran. Den Punkt hole ich mir noch von ihm. Was? Ich stehe jetzt weg hier. Nein. Die Beteiligung übersteuern. Die Beteiligung übersteuern. Nee. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,6 Sekunden. Randa, bitte. Du verlierst pro Runde zwei Sekunden. Ein Punkt wenigstens. Kann ich hier durchfahren? Aber hier ist halt dann blöd, ne? Nee, geht auch. Oh, First Rail steht hier. Oh, ja. P9 sogar. Ein Traum. Großartig. Zwei Wagen auf einmal. Stop of Kids auch. Oh, beide gedreht. Wie gut. Jetzt durch hier. Raptus hinter mir. Scheiße. Der ist schnell. In den Punkt. Komm schon. Letzte Runde. Dir kommt sich so Arsch. Taktisches Mittel. Beabsicht extra, Max. Als kleiner Prank. Aber in Mexiko machen wir das aus. Voll vergessen vielleicht. Ich wusste, ich wusste es. Aber es reicht nicht. Komm, gib Gas. Vielen Dank auch an die Hater. Dieser Sieg ist für euch. Raptus. First of Time to Elney. Moin, das war Barbix. Oh, 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 oh. Da ist noch einer. Oh, 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 oh. Mein Gott. Ey, nee. Oh, Gott. Wird jetzt knapp. Nein, 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 nein. Raptus toppe P10. P9 meine ich. Och, Mann. Ein Punkt nur. Och, Mensch. Alles Oく,veda. Daniel. Je staffing kann. ysis. Mann. Mann. Wird. sie жизни. Klar fez Spaß.